hallo gestern war es der post zusteller der uns dazwischen kam es kommt immer was dazwischen aber so ist das leben weiter zum thema wer sorgt eigentlich dafür dass es hinter den manchmal gar nicht existen existierenden kloster mauern auch rechter dinge zugeht wer kümmert sich drum wenn gerüchte laut werden dass da missbräuche passieren und vor ein paar jahren wie gesagt schrieb mich eine person an die sich in der deutschen buddhistischen union engagiert und bat mich um eine unterschrift dass ich mich auch dafür einsetze dass der ole nidal ein dänischer tibetischer lehre ausgeschlossen wird aus der buddhistischen union und während der 80er bin ich als abiturient nur einmal dem ole nidal begegnet der damals einen vortrag in braunschweig im wohnzimmer eines freundes hielt da war so ein gutes dutzen von leuten also damals war noch nicht ganz so bekannt wie er dann später wurde inzwischen gehört er wahrscheinlich zu den bekanntesten europäischen buddhistischen lehrern und mir ist er als sehr sympathische type in erinnerung geblieben als ich reinkam da saß er gerade mit seinen freunden am tisch und lud mich ein mich doch dazu zu setzen und mit denen abend zu essen ich hatte da gerade ich war da gerade so auf dem fasten trip das habe ich häufiger gemacht als abiturient dass ich gesagt habe ich jetzt mal für ein zwei wochen nichts ich war gerade auf dem fasten trip deshalb habe ich gesagt nein danke und der vortrag das war halt tibetischer buddhismus dass das kam ja alles ein bisschen mysteriös mysteriös hokus pokus mäßig vor also obwohl ich den ole selber sympathisch fand habe ich gesagt nee ich bleibe jetzt doch lieber beim zen also ich persönlich habe nichts gegen den ole nidal allerdings was ich da so gehört habe an gerüchten aber wie gesagt es sind nur internet gerüchte da ist natürlich da scheint schon einiges schief gelaufen zu sein allerdings ja wie schief ist dann immer die frage war das jetzt missbrauch wie man ihn von anderen orten kennt dass da jemand minderjährige gegen ihren willen missbraucht oder war da gegenseitige sexuelle anziehung vielleicht auch vermischt mit romantischen gefühlen und dann auch der suche nach dem vater ersatz vielleicht und dazu eine gewisse portion missverstandenes lehrer schüler verhältnis schwer zu sagen schwer zu sagen wenn man nicht selbst an dem ort war und darüber habe ich ja vor ein paar tagen gesprochen wo ziehen wir die grenze und wer soll da überhaupt mitreden es gibt ja keinen offiziellen ethik rat der für die buddhistischen gruppen zuständig wäre also wer sollte sich und wer darf sich da zuständig fühlen besonders in meinem fall der ich in japan in den bergen saß damals und überhaupt nicht der deutschen buddhistischen union angehöre niemanden kenne der dabei im ole nidal in der gruppe ist andererseits wenn man sich gar nicht positioniert wenn ich mich in dem fall sozusagen versuche rauszuhalten und zu sagen ja ich weiß nicht was da so gelaufen ist ich möchte mich da lieber raushalten dann gehört man am ende zu denen die einfach nur zugeguckt haben als da was unter den teppich gekehrt wurde das will man natürlich auch nicht man will ja zu den guten gehören man will ja zu denen gehören die sich für die richtige sache eingesetzt haben also vielleicht doch unterschreiben aber wenn ich diesen brief unterschreibe ohne mich wirklich auszukennen mit der sachlage nur in dem bedürfnis auf der seite der guten zu stehen was ist das was ist das für ein engagement was ist das bestimmt nicht bestimmt nicht verantwortung übernehmen das ist bestimmt kein ethisch verantwortliches handeln wenn man nur unterschreibt weil man weiß dass man sich dadurch auf die seite der korrekten stellt der ethisch korrekten insofern ja schwierig also ich finde das eine schwierige frage und also wie immer ambivalent na also ich will weder sagen ich will hier weder sagen jeder soll sich doch um seinen eigenen dreck kümmern und was im anderen kloster und in der und der gruppe passiert das geht mich doch nicht an andererseits ja dass das extrem wäre und an dem punkt war ich vor ein paar tagen als dann die speicherkarte voll war das extrem wäre dass wir dann sagen ja wie ist denn das mit dem muho ich habe da irgendwo in so einem buch gelesen dass der seine frau auch beim sasen kennengelernt hat die kam doch da in den schlosspark als erstes um mit dem sasen zu machen und jetzt sind die verheiratet wie ist denn das passiert da stimmt doch was nicht oder ich meine das was ich dann eher zum anlass für eine satire genommen habe dass dann jemand sagt ja wie viele schüler von dem meister sind denn erleuchtet was ist denn die quote von kensho die es bei so einem sasen in antaiji gibt wir brauchen da mal so ein kensho rat ein satori rat der mal auch genau prüft wie viele leute von den von wie viele von den leuten denn auch wirklich erleuchtet sind irgendwann wird es albern irgendwann wird das ganze albern aber ich meine wenn wir hier tatsächlich über missbrauch sprechen ist es ja ein problem es ist ein problem und in der mail die ich vorgelesen habe der schreiber der mail schreibt ja letztendlich ich dachte weniger an mitleid als an verantwortung in fragezeichen die gerade in katholischen klöstern und von deren ebten ordens oberen unter den teppich gekehrt oder verschwiegen werden so als sei nichts geschehen eine lösung habe ich auch nicht schreibt der fragesteller außer der hilfe bei der bewältigung der persönlichen traumata für die betroffenen wobei ja im buddhismus dann auch die frage ist ja wer hilft bei der bewältigung der traumata der betroffenen von missbrauch sexuellen missbrauch zum teil auch an minderjährigen die in buddhistischen gruppen vorgekommen sind sind da die anderen lehrer die aus ganz anderen traditionen zum beispiel kommen mitverantwortlich und was haben die denn auch tatsächlich damit anzubieten wünschen dass sich die opfer des einen buddhistischen lehrers überhaupt dass sich dann plötzlich ein anderer buddhistischer lehrer sozusagen mit seiner empathie um sie kümmert und sagt ja jetzt gieß ich der balsam über deine seele damit es dir besser geht schwierig schwierig vielleicht sind diese probleme bei den sendklößern und den sanggas besser gelöst nein ich fürchte das nicht der fall ähm und dann von demselben fragesteller später noch eine ergänzung als einen weiteren hinweis und eine indirekte anfrage zu deinen darlegungen hätte ich noch ein folgendes teilweise in anführungszeichen verschwiegenes thema als ich mich früher intensiv mit zen beschäftigte hatte ich vor allem die quellen von hugo lassal heugen herrige karl friedgraf dirkheim tetalo suzuki und anderen vorwiegend war es also eine der früheren kriegs ethik des nationalsozialismus und an die glorifizierung der samurai verbundene schwertkultur was ich aber erst später durch studien erkannte aus diesem früheren dann oft von den betroffenen predigern verleugnetem umfeld gibt es ja noch einige schulen und richtungen im zen buddhismus auch in deutschland aber nun wahrscheinlich eher mit der schaulinwelle verbunden ich hatte an dieses thema gerade bei deinen darlegungen zur suche nach dem richtigen meister gedacht und mich gefragt inwieweit sich der nicht nur von dir vertretene zen zweig von dieser strengen fast faschistischen richtung inzwischen getrennt hat oder ob dies noch ein in klammern verschwiegenes problem ist aber so wie ich es oft erfahre kann es auch sein dass viele der jüngeren heute zen begeisterten und praktizierenden davon nichts wissen oder nicht mehr hören wollen hier wird der bogen gespannt zu einem ganz anderen thema zen und faschismus wobei ich nicht behaupten will dass es überhaupt keine verbindung gibt es gibt eine verbindung allerdings ja wiederum ein thema auf das ich wahrscheinlich in mehreren videos zu sprechen kommen werden muss heute erstmal schluss bis morgen jetzt erstmal Vielen Dank.